In der Wüste wird Jesus dreimal versucht. Zwei von diesen drei Versuchungen betreffen die Frage, wer er ist, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Sohn Gottes bist. Und so werden wir auch versucht, wenn du wirklich ein Christ bist, wenn du ein Sohn Gottes bist. Bei den Herbsttagen werden wir uns dieses Jahr neu unter den Blick des Vaters stellen, werden von ihm hören, dass wir seine geliebten Kinder sind. Du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Das machen wir am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und am Samstag machen wir dann eine große Missionswelle, eine Flutwelle, wo wir ausströmen von St. Florian durch die ganze Stadt hin zum Dom, jeweils zu zweit und beten für Leute, beten um Heilung, beten, dass Menschen ihr Leben Jesus geben und laden ein zum großen Abend an Herzlichkeit. Also eine echte Welle der Mission überwinden. Komm und sei dabei. Strom an mit St. Titanium Wenn eure 190- Wayne Mitchell Wir machen uns über 10 Jahr lang, wenn eure 80- vierothen fandom in dem Feld lernt Dosen stehen governed uns um... in diesem fluor aussi bei St. Martin צb